Geil Koko muss ich mal kurz Handschuhe anziehen Also Tom, Leo hat mir so ganz leckere Flips geschickt Und die schmecken mir so gut, weißt du Und weil ich nett bin, würde ich dir die sogar zuschicken Ja, du kannst mich mal Das sind bestimmt so Ekelflips oder so super scharfe, ne Hier, ich weiß das ganz genau Du würdest mir nie freiwillig was Gutes tun Einfach nur, um mir was Gutes zu tun Verarschen kannst du dich alleine, Hülsi Du lügst doch bestimmt Wie heißen die denn? Vor allen Dingen, wenn ich schon weiß, dass das von Leo kommt Das ist doch irgendwas Gemeines Wasabi, oh Wasabi ist aber, Wasabi finde ich nicht scharf Wasabi ist geil Wasabi esse ich gern Klappt das gut mit dem Switch-Controller? Ja Hattet ihr nicht auch eine Xbox? Ja, aber nur einen Controller Aber spielt er nicht mit der Playstation? Ne, wir haben keine Achso, er macht die ganze Ah, okay Okay, wäre gut, aber der Ding ist ja fast Ich muss mir mal einen kaufen Ich hatte mir mal einen gestaltet Und der kam nie an Du kannst, ich kann dir gerne einen zuschicken Ich habe noch zwei oder drei übrig Da habe ich eine riesige Diskussion mit Xbox gehabt Dass der Controller nie ankam Ach, über dieses, äh, über dieses, äh, bei Microsoft dieses Gestaltungs-Kit-Dings da Ja Und der Controller sollte mit FedEx kommen Und da war dann... Nicht, nicht hauen Ich denke mal, du musst das ja Und der hat das irgendwo abgegeben Und da war es nachher wieder weg Und keine Ahnung Ja, das kommt mir bekannt vor mit meinem Xbox-Kühlschrank Jetzt der klöschte Scheißdreck Oh, lass uns die Klöten ziehen, komm Oh, das sieht so falsch aus Hallo Oh, warte, ich ziehe Ja, hier ist die Zauberklöte Oh ja Oh, guck Das sieht so falsch aus Fidi, danke dir für deinen Lörgmann wieder Coco hat damit angefangen, dass es falsch aussieht Nicht, ich, das kam nicht von mir Sieht ja auch falsch aus Es sieht eher aus, als ob du was anderes sagst Was denn? Erzähl mal genau Nein, gar nicht Ne, sag doch mal Wir können doch auch schon drüber reden Du bist doch alt Sag mal, was? Was schreckt ihr da so in den Kopf um Coco? Was zieht man da raus? Der ist für Spendung Weil der kommt hier Ach Ich meine, du beleidigst ja niemanden Nein Halt den Hast du jemanden gehauen? Nein Na, okay Oh, Klöpapier Für die nächste Pandemie Guck mal Das sieht aber nicht stabil aus Das Klöpapier Komm, wir ziehen die dann Was ziehen wir denn? Genau, kannst du es erst sagen Sonst zieh ich mich Sag es Coco Sag es Ich möchte es hören aus dir Und ich möchte dich dabei sehen Du weißt, was ich meine Was denn? Du brauchst nicht noch zu sagen Lustzugeln Aus der Keige Ja, so ungefähr Oder aus dem Arm Oder aus dem Arm Oder aus dem Arm Das ist doch alles sexuell Das kann mir keiner erzählen War das das erste Ding in der Wolke? Hast du überhaupt geachtet? Hast du überhaupt geachtet? Ja Hey, der Sack bewirft uns Darf der nicht Oh, der Kratzer Jetzt sind die schon nach dem Schwänzchen Ja, da hast du recht Und der schreit sogar Ja, ich war nett und ich war schön Der Arme Ja Ich glaube, warte mal Ich glaube, hier kann man hochklettern Komm mal her Hier ist so Schaum Äh, äh, äh Zeit, weiter Nee? Weil das hier so schaumig ist Nee, okay Dann müssen wir das mal wieder Wie wir es entfangen Bist du bereit, Coco? Ja Oh Ich hätte das nie anfangen dürfen Mir wäre das nicht aufgefallen Hui Was? Was? Dieser Eindeutige schoss viel zu lange mit dir Ja, wieso? Sie sind ziemlich auf meinem Mist gewachsen, ja? Ja Ja Äh, achso Man kann einfach Ja, ah Oh, oh Oh nein, du musst jetzt Ja Danke Und ich habe noch keinmal beschlagen Ich bin richtig begeistert, Anna Ich habe die Taste Ja, richtig Ah, wenn man oben links gedrückt hält, kann man so ein bisschen schweben Wenn du nochmal springen drückst in der Luft und gedrückt hältst Und so wie die Peach Ja Oh, was ist das denn? Ja Ja, wo kommen wir jetzt da hoch? Äh Äh Ah Ah Warte, hier sind auch noch Dinger Ja Ah Guck mal Ah Guck mal Ein secret Ein secret Nice Ah 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 Das sieht doch viel falsch aus Was soll das denn? Vielleicht Vielleicht Nein Ah 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 Das kann sein Das kann sein, da sind ja auch immer so Kreppe drauf Das kann sein Noch kommen wir ja auch zurück Ich hoffe nur, dass dann hier gleich einer ist, warte mal Ja Ich seh das nicht Ach Ah 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 Ich hoffe erst mal, dass ich dich hier wiederhole Ja Vielleicht hier Ja Sehr gut Ach Scheiße Und ich kann dich auch nicht werfen, ne, was vermutlich. Ah, das ist doch blöd. Ja, ja, ja. Ja, das Blöde ist halt nur, ja, da versuch's, aber, ne. Ah, doch, warte mal, vielleicht komm ich zu dir. Doch, 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 das könnte klappen. Ja, geil, geil. Ja, perfekt. Sehr nice. Cool, geil. Weil bei Mario ist es ja immer so, man kommt ja immer zu dem, der am weitesten vorne ist. Dann hätt, naja, haben wir rechts nichts verpasst? Ja. Aber rechts geht's eh weiter, ne? Ah, ja, okay. Cool. Busch. Äh, mit Y, also mit dem oberen. Geil, cool, dass man dann noch zurückkommen konnte. Das stimmt. Die Musik ist auch richtig cool. Das Spiel ist mega geil. Cool, das war eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Ja, ja, guck mal, durch diesen Sand kommt man doch auch durch. Der Kuss ist doch gleich hoch, oder? Kuss, wir auch hoch. Ah, hier. Ja, da hinten. Alle bekommen, cool. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass wir schon fünf Stück haben. Kann man eigentlich irgendwie rennen auch? Den Kuss ist noch. Kann man sich da gewesen? Also, das ist ein bisschen mehr Sinatra. Also, das ist das. Ja, das ist die��ä. Ich hab'n. Ich habe schon mal quiet, dann. Ja, ich habe nie mehr!* Ich habe keine! Ja, das ist das. Ja, das ist das. Oh mein Gott, meine Seele. Coco, mach keinen Scheiß, sonst sind wir ganz tot. Nein. Sehr gut. Level abgeschlossen. 15 Schellen haben wir kassiert. Plus nochmal 30 Schellen kassiert. Geil. Eine Witze. Gewonnen. Groovy. 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 Oh, groovy, groovy, groovy. Level-Ziel haben wir irgendwas nicht geschafft. Was haben wir nicht geschafft? Level-Ziel, da fehlt eins. Hä, wo denn? Ach so, das ist, wenn das... Ja, aber was bedeutet das? Also, wofür ist das? Hä? Bruder, aus was für einem Kanister trinkst du denn? Das ist meine Stream-Sport-1,5 Liter Flasche, damit ich auch schön widritt bin. Ja. Sehr gut. Pipi, ne? Tschüss, Coco, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Ah, du kannst mich leider nicht hören. Tja, Coco, Pech gehabt. Was? Oh, jetzt hat sie ihr Mann eine geklatscht. Naja. Mir doch egal. Oh, eine Aladin-Lampe. Kann ich die auch hier tragen? Ne, au, au, ich kann die aber wegmachen. Wie, oh. 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 Vielen Dank.